In Haran, da lebte ein Mann, da lebte ein Mann, der war immer müd. Und er hatte zwölf schöne Töchter und sehr viel Geld und sehr viel Gemüt. Doch kaum legte er sich aufs Ohr, sangen seine Töchter im Chor. Papa, Papa, hast du Geld? Wir sehen was, was uns gefällt. Oh, oh, Papa, Papa, hast du Geld? Bist der beste Mann der Welt. Und er strahlte und er bezahlte und schlief zufrieden gleich wieder an. Doch die Mädchen ließen den Braven nicht lange schlafen, das war nicht wahr. Denn kaum schnarchte er fröhlich los, sang schon jemand auf seinem Schoß. Papa, Papa, hast du Geld? Wir sehen was, was uns gefällt. Oh, Papa, Papa, hast du Geld? Bist der beste Mann der Welt. Und als Krach war und er ganz wach war, hatte er plötzlich eine Idee. Und er schnaufte und ging und kaufte zwölf Schwiegersöhne in Übersee. Mit der Sprache wollt's erst nicht gehen, doch nun singen sie schon ganz schön. Papa, 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 hast du Geld? Wir sehen was, was uns gefällt. Oh, oh, Papa, Papa, hast du Geld? Bist der beste Mann der Welt. In Havanna sagt nun ein Mann, da schmunzelt Mann, ja, na, bald hab ich Ruhe. Und wenn ich nach Herzenszust schlafe, kommt eure Strafe, dann hört ihr zu. Meine Enkel schreien im Chor und den Text sag ich ihnen vor. Papa, 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 hast du Geld? Wir sehen was, was uns gefällt. Oh, oh, Papa, Papa, hast du Geld? Bist der beste Mann der Welt. Ja! Papa, 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 hast du Geld? Wir sehen was, was uns gefällt. Oh, oh, Papa, Papa, hast du Geld? Bist der beste Mann der Welt. Ich bin der beste Mann der Welt.